Live von Megas 2, it's Trek Nights, der galaktische Late-Night-Talk von Trek am Dienstag mit Simon Fistrich und Sebastian Göttling und als Gast Claudia Kern. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trek Nights. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem feinen kleinen Talkformat. Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen. Wir haben wirklich einen tollen, ja als Gast haben wir jemanden wirklich tolles da, den wir schon lange in der Sendung haben wollten. Heute hat sie sich mal die Zeit genommen. Freue mich sehr. Bevor wir sie jetzt reinholen, stelle ich aber mal wieder die Frage an Sebastian. Wie läuft's bei dir? Alles gut? Bei mir läuft's gut. Ich kann mich klagen. Schönen Dank für die warme Begrüßung, Simon. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir heute mit ihr zusammengeschaltet sind. Mit ihr, wir sagen das so. Das haben doch die Leute schon längst gehört. Die haben doch den Vorspann gehört. Sollen wir sie mal ansagen, Simon? Das machen wir. Heute zu Gast bei uns. Wir kennen sie als Autorin, als Übersetzerin, als Podcasterin. Ich habe ihren Namen das erste Mal in Zusammenhang mit Computerspielen tatsächlich gehört. Da werde ich sie auch gleich mal zu fragen. Wir freuen uns immer, wenn wir sie treffen zwischen Bonn und Eberswalde in ganz Deutschland. Wir laufen uns ja mal öfter über den Weg. Hier ist sie, Claudia Kern. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hi, Simon. Hi, Sebastian. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wie ist die Lage bei dir, Claudia? Gut. Es ist ein schöner, sonniger und warmer Abend. Und ich genieße es, mir mit euch die Zeit zu vertreiben, anstatt zu arbeiten, was ich eigentlich tun sollte. Aber so ist es schöner und ich freue mich auf unser Gespräch. Und bei euch so? Ja, doch. Nicht ganz so heiß wie bei dir im Trailer, wie wir gerade im Vorgespräch erfahren haben. Du hast die 30 Grad schon geknackt. Daran arbeiten wir hier noch. Aber bei was für einer Arbeit unterbrechen wir dich denn gerade? Oder ist das top secret? Nee, es ist gar nicht top secret. Ich übersetze gerade für CrossCult Conan. Und zwar tatsächlich eine ganz alte Kursgeschichte von Robert E. Howard. Und um es mal salopp zu sagen, meine Fresse, da brennt die Hütte. Also, was der an, das ist wie so ein Fiebertraum, wie ein Action-Fiebertraum-Gewitter. Anders kannst du es gar nicht sagen. Ich finde es ganz, ganz phänomenal. Ich hatte ihn vorher noch nie gelesen. Und ihn jetzt direkt übersetzen zu dürfen, der ist, er leidet so ein bisschen an Adjektivaritis. Oh. Aber das passt. Es passt einfach zu dem Stil, den ihr benutzt. Und ich bin echt, ich bin total begeistert. Passt ja auch zu diesem ganzen Conan-Universum. Also, ich kenne das natürlich hier von den Schwarzenegger-Filmen her. Und ist die Reihe noch aktiv? Oder sind das irgendwie tatsächlich die alten Sachen, die da jetzt füllen? Richtig. Also, das sind tatsächlich die alten Sachen. Aber der Science-Fiction- und Fantasy-Autor S.M. Sterling, der hat praktisch dieses Conan-Universum neu aufgelegt und füllt jetzt so die Lücken. Also, hier zum Beispiel die Geschichte, die ich jetzt gerade fertig übersetze. Red Nails, rote Nägel, die ist am Ende an diesen Roman angetackert. Und in dem Roman von Sterling wird dann die Vorgeschichte erzählt. Also, Red Nails ist von Robert E. Howard, dem Originalschöpfer von Conan. Und jetzt S.M. Sterling hat für ihn das übernommen. Und es ist tatsächlich so, wenn du die Geschichte liest, du hörst den Schwarzenegger bei jedem Satz, den Conan sagt. Es ist unglaublich. Die englische Version oder die Thomas-Dunne-Berg-Version? Nee, nee, die englische Version. Also, dieses ganz Kulturale, mit dem Schwarzenegger auch spricht. Dieses, I have to get my sword. Und so, das hörst du bei Conan einfach raus. Also, du hast die Stimme im Kopf. Ja, Schwarzenegger, ich glaube, das wäre nie im Leben so erfolgreich gewesen, wenn Schwarzenegger da nicht mitgespielt hätte. Also, ich meine, es gibt ja viele Fantasy-Filme so, die in die Kerbe schlagen. Aber ich glaube, der war da ganz entscheidend, so diese Casting-Entscheidung. Weil der Typ, der sieht halt einfach aus, das gibt's überhaupt nicht. Ja, der hat auch dieses, es wird ja bei Howard auch immer wieder betont, dass Conan ist nicht schlau. Aber er hat diese Bauernschleue. Und er ist ein Barbar, er ist ein Teil der Wildnis. Und das verkörpert Schwarzenegger so gut, dass ich, ich sehe es ganz wie du. Also, diese Casting-Entscheidung war brillant. Ich finde auch der Film, Schwarzenegger hat den gemacht, aber der Film hat auch Schwarzenegger gemacht. Der war ja vorher, vor 82 war er, glaube ich, nur Pumping Island und Herkules in New York. Ja, Herkules in New York. Herkules in New York. Aber das war ja jetzt nicht so der Riesenhit. Aber damit war das überhaupt das Jahr, ach, ich könnte jetzt mit euch nur über das Kinojahr 1982 sprechen. Phänomenales Jahr. Also, was da alles passiert ist, das heilt ja bis heute nach. Ja, 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 das aber, boah, ja, können wir doch eigentlich machen, oder? Ja. Oder was machen wir heute, Simon? Mach doch mal einen Vorschlag. Ich würde mich über Claudia schon mal da haben. Claudia hat schon gesagt, Übersetzerin, du hast eigene Geschichten geschrieben, für verschiedene Medien auch. Mich würde mal wahnsinnig interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist. So kreativ, Fantasy, Science-Fiction, das sind ja so deine Felder. Ja, absolut. Also, Genre. Für mich war immer schon Genre ausschlaggebend. Ich bin dazugekommen durch, ja, einen reinen Zufall eigentlich. Also, ich habe für, also eine Freundin von mir, deren, also der Bruder einer Freundin von mir hat für einen Verlag in Königswinter namens Hehl Bücher über Schlager geschrieben. Und die sind damals Anfang der 90er auf die Star Trek-Welle aufgesprungen und haben sich die Star Trek-Enzyklopädie, die Lizenz dafür geholt, haben dann gemerkt, dass keiner in dem Laden überhaupt Ahnung hat von Star Trek. Und die Freundin von mir sagte so, sag mal, du kennst dich doch damit aus, oder? Ich so, ja, schon. Ja, hast du Bock? Und ja, das war's. So hat das angefangen. Ich habe dann noch drei andere Leute dazugeholt, die auch ein bisschen Ahnung hatten. Und dann haben wir dieses Mammutwerk übersetzt, ohne überhaupt zu wissen, was das bedeutet. Und wie schwierig und zeitaufwendig das sein würde. Und das war dann, das hat das Tor aufgestoßen. Und von da aus habe ich dann, ja, eben die Space View des Magazins, Science Fiction und Filmmagazin mit aufgebaut. Und habe dann parallel dazu angefangen, noch unter Pseudonym Heftromane zu schreiben. Bei Bastai für Professor Zamora und dann später Madrax, die dunkle Zukunft der Erde. Ich erinnere mich dunkel an die Säftchen, die es da, ich weiß, gibt es heute wahrscheinlich auch noch. Aber hast du vorher schon dann auch geschrieben und kreativ gearbeitet oder warst du in einem völlig anderen Beruf? Nee, also ich habe studiert und habe vorher, ich habe sehr viel für mich selber geschrieben und habe tatsächlich mit zwölf oder so zwei Kurzgeschichten in dem John-Sinclair-Band veröffentlicht. Da waren immer in der Mitte so Leser-Geschichten. Das war mein erster bezahlter Job, da habe ich einen Scheck für bekommen. Oh, wow. Man kann ja damit Geld verdienen, das ist unglaublich. Ich war auch so, okay, ich kann damit Geld verdienen, was mache ich jetzt? Aber viel mehr wurde dann auch nicht daraus. Und dann bis eben, ich habe ein Wirrwarr von Fächern studiert und dabei kam dann dieser Job beim Hehl Verlag, die Übersetzungen und das Schreiben. Und dann wurde dann irgendwann das Studium weniger interessant als das, was es da alles gab. Und dann bin ich dazu umgeschwenkt. Das ist ja die Simon-Geschichte. Das ist so ein bisschen die Simon-Geschichte. Echt? Ist es? Ja, ich habe doch auch wild, relativ wild studiert. Von Informatik bis Philosophie war irgendwie alles dabei. Und bin ja dann zum Computerspiele-Magazin bin ich halt gekommen. Ich habe mich so einfach beworben im Studium draußen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich den Job kriege, weil früher war das immer so ein Traum. Geil, ich kann halt Spiele spielen und dann schreibe ich dafür und dann bezahlt man mich sogar dafür. Und einen Tag später hatte ich den Job, weil ich gerade, weißt du, da haben sie gerade so einen Trainee gesucht. Und dann bin ich auch da reingekommen und konnte dann kreativ arbeiten, konnte es überhaupt nicht fassen am Anfang. Später stellte sich dann heraus, oh, ist ja auch Arbeit, ne? Klingt so geil. Spiele spielen und dann darüber irgendwie schreiben und Tests machen und all diese Dinge. Aber dann musst du irgendwie auch manchmal Sachen spielen, die dir überhaupt nicht gefallen. Und dann das eigentliche Schreiben mit krassen Deadlines und so weiter. Oh, ist ja doch Arbeit. Aber trotzdem, das kam dann auch so einfach, wie es bei dir halt kam, durch puren Zufall. Irgendwie steckt man dann da so drin. Aber schön, dass du das sagst, weil ich habe mich das immer schon gefragt, gerade bei Spielerezensionen. Das ist doch wahnsinnig zeitaufwendig, oder? Du hast doch, wie viel spielst du? Also jetzt wären du, sag mal, The Witcher 3. Das ist ein gutes Beispiel. Oder Elden Ring oder sowas. Also diese neueren Sachen. Oder Baldur's Gate. Also wie viel spielst du, bevor du der Meinung bist, jetzt kann ich mir ein Bild davon machen und das fair beurteilen? Ja, also ich mache es ja schon lange nicht mehr. Aber damals, als ich es noch gemacht habe, es kommt auch darauf an, wie gut du den Job machen willst. Du kannst natürlich auch Sachen irgendwie nur kurz anspielen und dann schreibst du so einen relativ inhaltsleeren Text darüber. Aber das wollte ich halt nicht. Ich wollte es schon irgendwie vernünftig machen. Und dann kommt es natürlich extrem auf das Spiel an, ob das so ein Ding ist, wo du halt in acht Stunden durchspazierst, ja. Oder du hast so ein Monster, so Baldur's Gate, weißt du, so ein Rollenspiel, womöglich noch mit den unterschiedlichsten Enden und so weiter. Also du kannst dann verschiedene Entscheidungen treffen. Und ich kann dazu nur eine Geschichte erzählen. Ich musste mal Mass Effect 2 testen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Tolles Spiel. Und das habe ich über die Feiertage, habe ich das getestet. Also über den Jahreswechsel. Und ich saß dann da und habe gespielt und dachte, jemand schießt auf mich, jemand schießt auf mich. Das waren die Silvesterraketen draußen. Also von daher, das ist auch ein Job. Du machst es nicht des Geldes wegen, weil reich wird damit echt keiner. Das ist eine hohe Leidenschaft und so. Und das hat schon viel Zeit gekostet. Und da war auch nicht Feierabend um fünf. Also da hast du halt abends weitergemacht und so. Das muss man schon lieben. Richtig. Aber kommen wir mal zurück. Ich bin ja total, das wusste ich übrigens nicht mit der Enzyklopädie, Claudia. Das ist ja eines der monumentalen Referenzwerke der Sekundärliteratur zu Star Trek. Ich glaube, das kam relativ kurz nach der Chronology. Bei Pocketbooks damals, wenn man vom Originalverlag da aus denkt. Und dann habt ihr das für Hehl gemacht. Wie lief das? Wie kam das an? Wurde das gutiert? Ja, absolut. Also das ist, die haben wahnsinnig gut verkauft. Also das ist, das war der Renner für, ich weiß nicht wie lange, aber in jedem Fall in diesem Jahr, in dem das rausgekommen ist, war das glaube ich der Top-Titel bei denen im Programm. Und die waren völlig überrascht davon. Die hatten damit nicht gerechnet. Wir haben auch dann noch die Chronologie übersetzt. Aber bei der Enzyklopädie haben wir das dann naiverweise einfach so gemacht. Ja, Person A, nee Person 1 übersetzt die ersten 25 Prozent, Person 2 die zweiten und so weiter. Haben aber natürlich überhaupt nicht bedacht, dass es ja Verweise gibt zwischen den einzelnen Artikeln. Und das war, also es hat sehr, sehr viele Telefonate und tausend Zettel und wir hatten ja, wir hatten die Folgen ja alle auf Videokassetten. Das heißt, wir mussten das alles vor- und zurückspielen. Ich weiß nicht, wie viele Kassetten ich zerstört habe, einfach durch dieses hundertfache Vor- und Zurückspielen, äh Spulen. Und das war schon im Nachhinein, war es eigentlich Irrsinn, das so zu machen. Aber es hat funktioniert und ich bin bis heute der Meinung, dass wir eine sehr, sehr geringe Fehlerquote haben, weil wir das auch sehr gewissenhaft gemacht haben. Wie war denn das dann mit den Begriffen, also mit den verschiedenen Star Trek-typischen Fachbegriffen und so weiter? Musste man sich das dann nochmal konkret freigeben lassen, dass man da auch immer so das richtige, die richtigen, also bei dem Technobabble meine ich jetzt und so, dass man so die richtigen Wörter da verwendet? Oder konntet ihr da auch kreativ werden? Oder habt ihr euch an der deutschen Übersetzung einfach orientiert? Korrekt, also wir haben wann immer es ging die deutsche Übersetzung herangezogen und dann gerade bei Classic gemerkt, wie oft die dann so ein, ich sag mal Armee der Finsternis-Moment hatten. Weißt du, wenn Bruce Campbell sagen muss, Klatu, Birana, Nicktu, ihm fällt das Nicktu nicht mehr ein und er sagt dann einfach Klatu, Birana, so ich hab's gesagt. Und die deutsche Synchro, gerade bei Classic macht das ganz oft, dass dann die schweren Sachen weggelassen werden. Und wir dann da saßen und teilweise wirklich die Folgen durchgeguckt haben, auf Englisch und auf Deutsch, nur um dann zu merken, dass auf Deutsch die Stelle überhaupt nicht vorkommt. Und dann eben improvisieren mussten. Aber wann immer wir was gefunden haben, was die auf Deutsch benutzt haben, haben wir es auch übernommen. Wie seid ihr denn mit diesen Übersetzungsdingern umgegangen, die dann irgendwann mal im Laufe der Zeit geändert wurden? Also aus dem Sol-Antrieb wurde ja mal der Warp-Antrieb. Und aus der Raumflotte wurde die Sternenflotte. Klar, ihr werdet mit Warp und mit Sternenflotte gearbeitet haben. Korrekt, ja. Weil alles andere wäre ja Quatsch. Aber seid ihr auch darauf eingegangen, dass da mal ältere Begriffe auch im Äther standen? Oder habt ihr die dann einfach, habt ihr euch geschüttelt und habt die ignoriert? Ich bin jetzt erst, also das ist so lange her. Aus dem Bauch raus bin ich der Meinung, dass wir die älteren Begriffe mitbenutzt haben. Dass wir gesagt haben, Warp, Sol. Oder Sol, siehe Warp. Aber ich nage mich nicht darauf fest, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, also es wäre schön, wenn wir es gemacht hätten. Ja. Ob dem so ist, vielleicht wenn dann, also an den Stellen, an denen es uns aufgefallen ist, so Sachen auch wie die Prime Directive, wie die übersetzt wurde. Und das ist ja schon im Original nicht einheitlich. Und da kommen ja auch unterschiedliche General Order Number One oder Prime Directive. Und dann im Deutschen entsprechend. Da diskutieren wir auch. Das Wort Föderation mal fiel irgendwann, glaube ich, unter Gene Kuhn das erste Mal. Ja. Hieß das ja auch, gab es unterschiedlichste Bezeichnungen dafür. Ja, war das nicht auch irgendwas mit Erdallianz oder irgendwie sowas, ne? Ja, ich habe auch irgendwie sowas wie US-Bar in UESPA in Erinnerung. Aber da möchte ich mir jetzt auch nicht festnageln lassen. Das sind nur so ganz vage Sachen. Ja, guck mal, da habt ihr die beiden großen Bretter erstmal gebohrt, die beiden großen Referenzwerke. Wie ging es denn dann für dich? Ging es dann für dich weiter auch bei Hehl direkt mit weiteren Übersetzungsaufträgen oder mit was Eigenem? Ja, also wir haben dann, also was heißt wir? Ich habe dann weiter eigentlich so gut wie alles übersetzt, was an Star Trek reinkam. Und die haben natürlich in dem Moment, wo das so gut gelaufen ist, versucht auch vieles zu kriegen. Und macht ja Sinn. Und parallel dazu kam dann die Space View. Und später haben wir dann auch noch Bücher rausgebracht zu Akte X. Die habe ich selber geschrieben und mit einem Kollegen zusammen. Und noch ein Buch zu Stargate, was dann leider relativ schnell vom Markt genommen werden musste, weil die Bildrechte nicht ausreichend geklärt waren. War ein bisschen doof, weil es ist ein echt gutes Buch, also es war witzig. Und wir haben ganz viel recherchiert, was die Kultur angeht, der unterschiedlichen Völker, auf die sie stoßen. Und das war schade, dass das vom Markt genommen werden musste, aber ist, wie es ist. Ich versuche mich gerade mal so daran zurückerinnern, aber auch an Hehl. Ich glaube, die haben ja dann auch irgendwann mal so die Romanlizenz, zumindest teilweise, von Heine übernommen, dass es bei Hehl Hardcover Bücher gab. Ich erinnere mich daran, da hat es, glaube ich, dieses Gefallene Helden von Deep Space Nine ganz früh als Hardcover gegeben. Das Blaue da, das war so blau irgendwie, das hatte ich, glaube ich. Ach, du stößt da, Claudia, du stößt da Erinnerungen bei mir auf, wo ich denke, mein Gott, da wollte ich doch gar nicht hin mehr mit dem Kopf. Ja, es ist eben auch echt lange her und ich habe für die gearbeitet bis 98, 99, so ungefähr. Und man hat dann gemerkt, dass die Kurve steil nach unten zeigte, was die Verkäufe bei Star Trek angingen. Irgendwann war der Markt so übersättigt und diese TNG-Begeisterung, die ja dann auch in den Mainstream rübergeschwappt hat, dass Leute, die sich fünf Jahre vorher nicht mal getraut hätten, in Star Wars-Filmen zu gehen, auf einmal den Star Trek-Pin tragen und T-Shirts, wo Picard drauf ist. Und das schwappte, das ebte dann schon wieder ab. War das eine Übersättigung? Ich glaube schon. Also ich glaube, es waren zwei Dinge. Der Zeitgeist hat sich geändert. Ja. Ich denke, der endgültige Bruch könnte tatsächlich 9-11 gewesen sein, der diesen unbezähmten Optimismus so fast schon schlagartig beendet hat. Also es ist ganz interessant, wenn man die Serie The West Wing sieht, wie West Wing vor und nach 9-11 funktioniert. Und man einfach merkt, sie funktioniert eben nicht mehr nach 9-11, weil dieser Bruch da ist, der einfach die Psyche des Westens, wenn du es so nennen willst, zumindest für eine gewisse Zeit komplett verändert hat. Das ist total krass, wenn man sich daran zurückerinnert, so gerade die 90er, also dann Wiedervereinigung, da ging es irgendwie aufwärts, dann hat er das Gefühl, okay, man geht in die richtige Richtung, man entwickelt sich. Und dann war die Party plötzlich vorbei, 2001. Da ist definitiv was dran. Und das hast du auch dann gespürt, wenn du mal in die USA einreisen wolltest beispielsweise. Das war ja ganz anders vorher und dann danach. Und auch in den Medien, die haben das dann wieder gespiegelt, definitiv. Die Leichtigkeit war raus. Ja, und dass einfach in diesem Moment oder in der Zeit unmittelbar danach so ein Zukunftsszenario wie Star Trek als Utopie, aber auch als eine unerreichbare Utopie erschienen. Nicht so wie vorher als etwas, hey, da können wir drauf hinarbeiten, das kriegen wir schon hin. Also, wobei es da generell schon, glaube ich, im Abklingen war. Ja, aber das hat sicherlich noch sehr viel dazu beigetragen, dass die Popularität nachgelassen hat. Bestimmt so eine Mischung auf jeden Fall. Also, wenn ich mich dran erinnere an die goldenen Star Trek 90er Jahre, du hast ja jeden Tag, hast du Star Trek sehen können. Ja. Und für mich damals auch neue Folgen. Und wir haben die auch immer aufgenommen auf Videokassette. Wir haben das ja schon oft erzählt. Und ich glaube ja, irgendwann dann, auch wenn sich dann vielleicht noch zusätzlich Lebensumstände ändern, dass du dann, keine Ahnung, im Studium bist oder sonst irgendwie was oder du ziehst weg und so, dann muss was Neues so her. Ja, richtig. Und dann ändern sich auch die Interessen. Und das gibt dir neben, es wird weniger. Aber was du sagst, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du in den 90ern jeden Tag Star Trek gucken konntest. Und dass da auch ganz viele Leute, ich merke das immer so an der Anzahl der Leute, die durch Voyager zu Star Trek gekommen sind. Ja. Und die dann, das wäre praktisch deren, in Anführungszeichen, Einstiegsdroge. Und dann, damit ging es los. Und das sind, das ist ein 90er-Phänomen. Ich glaube, das gilt auch nur für Deutschland, dass man so sagen kann, manche Leute sagen, oh, die Next Generation ist unsere Originalserie. Spricht man zu den Leuten, die es ab 72 beim ZDF gesehen haben. Aber es gibt auch die, die fünf bis zehn Jahre jünger sind als Simon und ich, die sagen, Voyager ist mein Next Generation. Ja, ich bin dadurch reingekommen. Ja, genau. Spannend. Also ich glaube ja, das ist wie bei Laufenden. Weißt du, Laufenden, das erste Gesicht, in das die gucken, das ist die Mutter. So, und bei Star Trek, die erste Serie, die du siehst, ist wahrscheinlich die, die dich entscheidend prägt. Jetzt habe ich wieder diese Folge, die wir neulich besprechen mussten, mit Neelix und Tom und dem Baby da. Oh Gott, ja. Oh. Da haben wir uns ein bisschen gequält. Ja, das kann ich verstehen. Kling dich mal vor, ja. Wobei, ich würde schon sagen, also bei mir war der Einstieg über die Next Generation. Also ich habe das das erste Mal im ZDF gesehen und dann natürlich später auf Sat.1 und dann angefangen Bücher zu lesen und so weiter und so fort. Also voll einzusteigen ins Fandom. Aber rückblickend muss ich sagen, dass Deep Space Nine mich halt, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist für dich die beste Star Trek Serie bis heute, würde ich sagen Deep Space Nine, obwohl ich sie erst als zweites gesehen habe. Das geht mir auch so. Ich glaube, ja, dass dieses Laufendenphänomen, du wirst immer die Serie, die du als erstes gesehen hast, die wird immer einen besonderen Platz in deinem Herzen haben. Das ist für mich TOS. Ja, das ist auf jeden Fall. Ganz, ganz klar. Und deshalb, ich werde TOS verteidigen bis ans Ende aller Zeiten. Aber ich weiß auch, dass Deep Space Nine die bessere Serie ist. Aber dann war dein Einstieg quasi TOS, also Kirk, Spock und Co. Genau. Was würdest du denn Leuten heute sagen, wenn du ihnen die Serie empfehlen würdest und die sagen, oh, 60er Jahre und diese Pappaufbauten und oh, das will ich mir nicht angucken. Also wie würdest du die versuchen zu überzeugen, sich das nochmal anzuschauen? Ja, das ist eine gute Frage, weil die Sehgewohnheiten haben sich so stark geändert. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen die Erzählgeschwindigkeit, die heute für Befremden sorgen würde. Und auch einige wirklich psychedelische Momente. Und diese 60er Jahre Stimmung. Aber ich würde es so machen, dass ich Leuten ganz bestimmte Folgen zum Einstieg zeigen würde. Folgen, die aus unserer Sicht gut erzählt sind und auch flott erzählt sind. Und die nicht ganz so stark in den 60ern verhaftet sind. Also ich sage mal, The Way to Eden würde ich jetzt vielleicht niemandem zeigen wollen als Anfang. Aber Trouble with Troubles funktioniert super. Und eine Folge wie When No Man Has Gone Before, die funktioniert meines Erachtens nach heute auch noch, während andere nicht ganz so gut. Interessant wäre es mit sowas wie The Empath. Weil das ist ja wirklich ein reines Kammerspiel. Aber es ist eine tolle Folge. Ja, super tolle Folge. Ich bin auch, ich muss jetzt mal ganz kritisch vielleicht auch ein bisschen keck nachfragen, Claudia. Du hast gerade gesagt, wir sind eine andere Geschwindigkeit heute gewohnt. Aber ich denke oft, wenn ich so eine Streaming-Staffel mir so angucke, Menschenskinder, vor 20, 30 Jahren hätten sie da einen charmanten, 100-minütigen Film draus gemacht, was ich mir da gerade angeguckt habe. Ja, ich meinte auch eher die Szenenlänge. Okay. Wenn du eine alte Serie hast, da ist eine Szenenlänge, da bleibt die Kamera 5 Sekunden, 6 Sekunden auf dem gleichen Gesicht, in der gleichen Einstellung. Und dann kommt ein Schnitt und da hast du das nächste Gesicht. Und das ist dann wieder 5, 6 Sekunden drin. Die Reaktionen teilweise, wenn sie auf der Brücke stehen und dann sehen sie irgendwie was und dann sieht man halt eine Großaufnahme von McCoy, wie er dann sein Gesichtsfasching macht, weißt du, dieses typische McCoy. Aber das verstärkt das halt alles, was denkt McCoy in diesem Moment? Oh, Spock in seinem Kopf, ja, der berechnet gerade Sachen und Jim versucht da jetzt irgendwie den Mittelweg zu finden. Ja, ja, das ist, das muss man, da muss man sich darauf einlassen können. Man muss sich absolut, ja, wie auf alles, was so alt ist, dass du nicht damit aufgewachsen bist. Wenn du heute stumme Filme siehst, musst du dich, oder auch nur Sachen aus den 30ern oder 20er Jahren, das sind auch, das sind Filme, die auf eine ganz andere Art gedreht wurden. Und ich finde auch in Star Trek immer, in Toss immer sehr schön, dass du ja dann nicht nur diese Reaktion hast, diesen Gegenshot, sondern du hast dann doch dieses Bra-Bam. Ja. Diese Akkorde, ne? Ja, ja. Ich will es nochmal so verstärken. Ich finde, das ist totales Wohlfühlfernsehen. Also ich gucke mir das wahnsinnig gerne einfach an. Das führt mich, gerade die psychedelischen Sachen aus, das führt mich halt in so eine völlig fremde Welt. Und es ist so bunt. Es ist so bunt. Was erstaunlich ist, weil die das ja viel auch mit Lichtern gemacht haben, dass irgendwie so die Sets alle eigentlich grau waren, aber dann wurden die so angestrahlt. Und das sieht ganz fantastisch aus. Als du Toss damals entdeckt hast, Claudia, du hast es wahrscheinlich irgendwann mal im Fernsehen gesehen, nehme ich an, und war es gehuckt. Ja, wie man, wie der Amerikaner so sagen würde. Hast du dich dann auch direkt für das Drumherum interessiert? Also wolltest du mehr wissen über die Hinter-die-Kulissen oder was es da sonst noch gibt? Oder war das erstmal für dich nur so eine Fernsehserie und dann Anschluss? Wie bist du dann dazu gekommen, dich mehr vielleicht damit zu beschäftigen? Das hat, also ich war zu klein, um da wirklich, als ich das das erste Mal gesehen habe, da ist mir ja, glaube ich, außer, wow, ist das bunt und was passiert da? Viel mehr ist da nicht hängen geblieben. Bei der zweiten Ausstrahlung wurde es dann schon, da habe ich dann schon mehr verstanden auch von dem, was passiert ist. Und dann war es auch eigentlich ein Zufall, weil es gab in der Nähe von uns, also so zwei Orte weiter, gab es einen Science-Fiction-Laden, der da aufgemacht hatte. Also ein Buchladen mit Romanen und Postern und allem Möglichen aus Fernsehserien. Ich bin da irgendwann mal, in Remscheid war das der, Mensch, wie hieß der Laden? Nicht Cine irgendwas. Die haben vor allen Dingen als Versand gearbeitet. Und die hatten, da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es sowas gibt wie Sekundärliteratur. Oder diese, hier diese von Bastei, diese Bildromane zu Star Trek, die dann rauskamen. Und da war ich, da war ich besessen von. Also ich wollte und musste alles haben. Und das war zum Glück nicht viel. Das ging also mit Taschengeld. Aber da hat das angefangen. Und dann eben auch dieser Wunsch, mehr darüber zu erfahren. Wer sind die Leute? Wer ist, wer hat das gemacht? Wer, die ganzen Namen, wer steht dahinter? Und das ging damit eigentlich los. Bist du von da dann relativ zügig dazu gekommen, dass du auch Kontakt zu anderen Fans geschlossen hast? Oder warst du dann in deiner eigenen Claudia und der Comic-Laden in Remscheid-Blase? Und das war es. Genau so. Genau so? Ja. Das, weil es gab niemanden bei uns auf dem Dorf, der das gut gefunden hat. Also das war die einzige, es gab eine Buchhändlerin in der Stadt, in der Buchhandlung, in der ich auch ganz viel, weil das war ja auch, Star Trek ist für mich die Einstiegsdroge zu Science-Fiction allgemein gewesen. Und die hatte echt Ahnung und hat mir dann geraten, welche Bücher ich kaufen soll. Aber die hatte wiederum keine Ahnung von Star Trek. Und war auch so ein bisschen so, hm, Fernsehen. Und die war eben voll auf Literatur. Und davon, also richtig zu anderen Fans, bin ich eigentlich erst gekommen, als ich angefangen habe zu studieren. Und dann war das auch wie so eine Tür, die aufgestoßen wurde. Nee, stimmt gar nicht. Ich war mit 16 auf meiner ersten Star Trek Con mit James Doohan und K.I. Ludwig in Nürnberg-Weißenbrunn. Bei Simon um eine Ecke. Bei mir eine Ecke. Oh, cool. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich auch andere Fans live gesehen habe. Was war das denn für eine Con? Das war, die ist damals, ich kann dir nicht sagen, wer die wirklich veranstaltet hat. Das war in einem, ich hatte so ein Fan-Magazin abonniert von einem Star Trek-Fan-Club. Die hatten in der Cinema-Werbung gemacht. Und die, und da war eine Werbung für diese Con. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das überhaupt ist. Und ich bin mir heute noch nicht so ganz sicher, wie ich meine Eltern dazu bringen konnte, mir das nicht nur zu erlauben, sondern mich da hinzufahren. Und das war in einer Jugendherberge außerhalb von Nürnberg. Und die hatten da tatsächlich James Doon. Krass. Und das war so, also der Grad an Skurrilität, der ist überhaupt nicht vermittelbar, wenn du mit 16 Jahren, wenn du Tos kennst, und da sitzt James Doon auf einer Holzbank in Nürnberg-Weißenbrunn und raucht eine Zigarette. Ja. Wo waren wir denn da gerade in der realen Welt? Waren wir zwischen Rath of Khan und Search for Spock? Ja, 85. Ja, 84 war es Gertsch for Spock. Ja, stimmt. Richtig, ja. Genau. Und wie habe ich mir denn das vorzustellen, so eine frühe, frühe deutsche Con? Also in meiner Vorstellung sind ja auch die Fatcons der 90er noch einigermaßen selbst gemacht gewesen. Aber ich glaube jetzt, in meiner Fantasie ist das in den 80ern, noch viel lustiger und irgendwie näher am James Doon und schrammeliger, aber auch, oder wie war das? Erzähl mal. Ja, das war wirklich so, als ob, ja, als ob die Dorfberühmtheit zum Schützenfest kommt. Also das... Ja gut, der ist auch ein bisschen, Doon ist ja auch ein bisschen der Willi Milowitsch der Star Trek-Franchise gewesen. Also kann ich schon sagen, das war, das war alles sehr hemmsärmlich. Also der hat mit uns da in der Jugendherberge gegessen und da gab es ja, kennt ihr wahrscheinlich auch noch diesen ekligen Jugendherbergstee, wo dann immer alles, der ganze Saal nachgebrochen hat. Diese Süße, ja. Du brauchst auch gar keinen, du brauchst auch gar keinen Teebeutel mehr, weil der Flavor ist so in den Kannen eingebrannt, du kippst da nur heißes Wasser rein. Und er und seine deutsche Stimme, K.E. Ludwig, die haben sich super verstanden und haben dann auch schön abends erst mal eine Flasche leer gemacht, worauf dann am nächsten Tag die Veranstaltung später als geplant losging. Und da war dann so eine Bühne, die war irgendwie 20 Zentimeter hoch, so ein paar Holzplanken und da hat er dann gestanden und hat Fragen beantwortet, dann draußen Autogrammstunde. Es gab einen Kostümwettbewerb, den er auch entschieden hat und wir haben ganz viele englische Folgen gesehen, die es in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Ah ja, klar. Sat.1 wäre erst so 87 dann wieder dran. Ja, genau. Und da hatte keiner drauf geachtet, dass die in NTSC sind und dann der Videorekorder dann diese Frequenzblitze hatte. Und irgendwer, ich weiß überhaupt nicht, wer ist auf die Idee gekommen, hat einen Ventilator vor den Fernseher gestellt und das hat funktioniert. Wir haben die Folgen durch den Ventilator gesehen, weil der auf der gleichen Frequenz die Blätter durchzog, wie es geblitzt hat. Das ist bizarr. Ich bin echt neidisch. Also ja, bizarr, aber es klingt my kind of bizarr. Ja, es war geil. Also es war wirklich toll. Danach war ich auch voll so auf Cons. Wollte ich unbedingt noch mehr von machen. Wollte ich gerade fragen, gibt es da noch so Weggefährten oder Gefährten von damals, die heute noch irgendwie im Fandom sind, die vielleicht sogar auf einer FatCon rumspringen? Ja, ganz viele, mit denen ich damals angefangen habe, auf der FatCon zu arbeiten, sind auch bis heute noch da. und ich war auch öfter in England auf Doctor Who Conventions und da ist es so ähnlich. Das ist, wenn du das einmal anfängst, das ist so, ja, du willst es immer weitermachen. Das waren dann also auch Doctor Who Conventions, bevor Doctor Who neu gestartet wurde? Ja, das war noch. Da war selbst Paul McGann noch Quark im Schaufenster wahrscheinlich. Ja, richtig. Also das war, es war glaube ich tatsächlich, ja, da ging es los mit. Also da wurde gerade darüber diskutiert, ob Paul McGann denen die Rolle übernehmen sollte. Und da waren dann, das waren Veranstaltungen, da waren der dritte und der vierte und der fünfte Doktor, aber eben von, ja, von den alten und nicht von den neuen. Meine Ära. Ja. Definitiv. Ja, also ich bin großer Fan von Doctor Who Classic. Ja, ich auch. Das siehst du jetzt nicht. Du hast vorhin schon meine Sammlung gelobt. Die stehen, die stehen nämlich da alle, die klassischen Doktor Sachen. Wenn ich das jetzt drehe, fällt alles zusammen. Dann ist alles kaputt hier. Simon nickt wissend. Ich kenne das. Manchmal auch während der Aufnahmen fällt da was runter und so. Ja, schade ey, dieses Doktor Who Virus habe ich nie so, also ich habe damals, als diese neue Auflage kam, habe ich da die ersten Staffeln gesehen, ich glaube bis zur fünften oder irgendwie sowas. und ich war auch auf einer Convention damals in Cardiff. Oh, schön. Aber so richtig, so richtig konnte ich mit Dr. Irgendwann. Es ist auch die Zeit, Claudia. Es ist einfach die Zeit. So wenig Zeit und so viel zu gucken. Irgendwann kriege ich den Simon auch nochmal mit Tom Baker und irgendwelchen Ja, Rente. In der Rente dann. Irgendwann, weißt du, irgendwelche Leute, die dann ihre Arme in Knallfolie, die man damals noch gar nicht kannte, eingewickelt haben und grün angesprüht haben und dann haben sie gesagt, ja, dem wird gerade der Arm wegmutiert von irgendwas. Aber es war Luft fucking grün angesprühte Luftpolsterfolie. Aber ich finde das so zauberhaft. Ich finde es auch toll. Oder gerade wenn du so die ganz Alten mit William Hartnell, der dann öfter mal den Text vergessen hat oder hat den falschen Text gesagt und du siehst, wie alle Schauspieler kurz in die Kamera gucken zum Regisseur rüber. Sollen wir jetzt weitermachen? Was machen wir? Und der Regisseur sagt, weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Da fällt dem Dalek der Pömpel ab beim Vorbeilaufen und solche Dinge. Ja, das ist nochmal wieder so ein bisschen, das hat immer so ein bisschen was von so einer Schulaufführung auch, diese Schwarz-Weiß-Dinger, die quasi noch so quasi live gedreht wurden, nicht so ganz. Ich glaube, die haben auch da mal gestoppt, aber in der richtigen Reihenfolge gedreht, wie so eine Theateraufführung. Also zauberhaft, einfach komplett zauberhaft. Ich würde alles geben für Marco Polo, das sehen zu können. Ja, Marco Polo wäre so großartig. Das so, wer weiß, die finden ja ständig noch irgendwo in irgendwelchen Kellern altes Filmmaterial. Vielleicht haben wir Glück. Ja, also das ist noch so ein, boah, das hätte ich echt gerne gesehen. So das erste große, richtig große historische Abenteuer. Naja. Ach, wie sind wir denn da jetzt überhaupt hingekommen? Simon, hilf mir mal, wie sind wir da hingekommen? Naja, über Star Trek, über Claudias Einflieg in Star Trek und wie es dann weiterging und so. Aber ich habe nochmal so eine spannende Frage, weil du hast ja dann angefangen auch tatsächlich zu übersetzen. Ich zeige, ob die spannend ist. Ja, also für mich ist die spannend und darauf kommt es an. Deswegen stelle ich die jetzt. Ich hoffe, sie ist auch für euch da draußen spannend. Da habe ich gerade so drüber nachgedacht. Gab es auch mal Bücher, und du musst jetzt keine Namen nennen, die du übersetzen musstest, wo du dachtest, das ist aber nicht gut und ich würde es am liebsten anders schreiben. Und hast du dir dann in der Übersetzung vielleicht sogar ein paar Freiheiten genommen? Irgendwas ein bisschen zuvor? Ja, das wäre schon, also in einem rein hypothetischen Fall. Natürlich. Wenn man jetzt merkt, dass der Autor zum Beispiel seine Protagonisten am Ende des Romans in einem Raumschiff fliehen lässt, was er am Anfang des Romans zerstört hat. ist die Versuchung groß, das zu korrigieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und mit Rücksprache, nach Rücksprache mit dem Verlag. Und die sagen, die haben dann nur gesagt, ja bitte. Oder wenn Bücher nicht ganz so sauber lektoriert sind und die gleiche Figur dreimal aufsteht hinter dann. Ja, da greifst du dann schon ein. Wie passiert sowas mit so einem Raumschiff, Claudia? Pappt man da unterschiedliche Entwürfe aneinander? Also Version 3 an Version 5 und in Version 5 ist eben das Raumschiff nicht zerstört worden? Oder was ist da los? Es ist mir ein Rätsel, aber es ist, also das war jetzt ein relativ unbekannter Autor, ein relativ unbekannter Roman, aber es ist Jack London passiert. Jack London schreibt einen Roman, in dem fünf Leute in eine Berghütte gehen und es kommen vier wieder vom Berg runter. Und es wird nie, diese fünfte Person wird nie wieder erwähnt. Haben sie ihn vergessen? Ja, der hat ja einfach vergessen und ich nehme an, dass der Autor hier hat einfach vergessen, dass er dieses Raumschiff gesprengt hat. Vielleicht wollte er es ursprünglich auch gar nicht tun, hat sich dann, hatte spontan eine Idee bekommen, ach, ich schreibe das jetzt so, hat sich dann an seinen alten Entwurf gehalten und es ist nie lektoriert worden, es ist nie aufgefallen. Da merkst du, wie wichtig Lektoren sind, das ist ja, viele Verlage haben die ja schon längst abgeschafft. Und das merkt man dann auch. Das merkst du leider sehr, sehr deutlich, weil du kannst, wenn du was selber schreibst, wisst ihr ja auch, du übersiehst Dinge, die du bei anderen niemals übersehen würdest. Ich habe neulich Isaac Asimov mit Doppel-S geschrieben, also Asimov. Und da wurde der Artikel veröffentlicht und ich habe meinen Redakteur schnell angerufen und habe gesagt, zum Glück war das nur online und nicht Print. Ich habe gesagt, ach, das tut mir, das ist mir so, es ist mir so uneingesichtbar. Kannst du den Asimov bitte mal, kannst du dem ein S wegnehmen? Das wäre mir sehr wichtig jetzt. Ich glaube auch, das willst du nicht als Screenshot haben. Nein, nein, will ich nicht. Aber jetzt ist raus, das war jetzt die Beichte der Asimov, naja. Ja, das ist auch mal so wunderbare, peinlich, ich will dich jetzt nicht irgendwie on the spot tun, aber ist dir auch mal so was wunderbar, unangenehmes passiert? Ja, ich habe die Frauenkirche nach Berlin gesetzt. Ja, okay. Das ist eine andere Frauenkirche. Die haben da auch Frauen, die haben da auch Kirchen. Ja, genau so. Ich habe das auch gesagt, so ja, J. Michael Strasinski hatte doch auch mal die peinlichen Patzer, als er Jack the Ripper im Londoner West End hat morden lassen anstatt im East End und hat das dann rückblickend erklärt, indem er sagte, dass es eine Polverschiebung auf der Erde gegeben hätte und dass ich mir dann Norden, Süden und Osten, Westen geworden und deshalb. So. Ja, ich habe das auch versucht, aber hat nicht geklappt. Jetzt hast du ja viel, also du hast ja quasi multidisziplinär geschrieben, also was war, ich habe es mir, ich habe ja, wir haben ja ein bisschen recherchiert hier, also Professor Zambora haben wir gerade schon gehört, du hast Peri Rodan gemacht, du hast für Buffy was gemacht, dann Gaming auch, ganz interessant. Da weiß ich, ich glaube, dein Name ist mir da, ich habe den schon öfter mal irgendwo aufgeschnappt, so immer in dieser Übersetzerrolle und so und dann war glaube ich Dark Star One. Richtig. Hieß das Spiel von Ascaron und ich habe das damals auch getestet und ich fand das auch ziemlich gut, also das Spiel kam so mittelmäßig weg, ich habe dir immer aber eine gute Note gegeben, aber ich fand das echt lustig, ich habe mich dann so Elite und alte, da hast du die Story, die Story dazu gemacht und die habe ich auch in echt guter Erinnerung, aber ja, du hast da auch ganz, ganz vielen unterschiedlichen Hochzeiten hast du da im Grunde getanzt, waren die alle für dich gleichwertig oder also welchen Stellenwert hat so Star Trek dann für dich gehabt bei den Arbeiten? Ja, Star Trek ist, sich da Hobby und Arbeit so stark überschneiden, dass es nicht mehr zu trennen ist. Es ist einfach für mich, es ist immer noch was ganz Besonderes für Star Trek arbeiten zu können, also in irgendeinem, oder mit Star Trek arbeiten zu können, dass du sagen kannst, so ja, ich habe ein ganz, ganz kleines bisschen zu diesem Universum beigetragen und ein winziges bisschen, aber es ist cool, weil mir dieses Universum auch wirklich wichtig ist und daher, ja, ich möchte, wenn es geht, für Star Trek Sachen machen oder mit Star Trek und ansonsten, ja, alles, was es mir erlaubt, kreativ andere Welten zu erschaffen, wie jetzt bei Dark Star One, dass du ein leeres Blatt hast und die sagen dir, das ist das Spiel, das wir machen wollen, mach was draus und das ist so cool, diese Freiheit zu haben, ist auch so ein bisschen beängstigend am Anfang, weil du denkst so, ich weiß nicht, was ich draus machen soll und das ist bei Star Trek eben was völlig anderes, weil du da so eingebettet bist in etwas, das du fast schon mit der Muttermilch aufgesogen hast und du kennst dich in dem Universum aus, du verstehst, wie das funktioniert und was du darin machen könntest, wenn man dich dann lassen würde und das Thema hatten wir ja auch schon mal. Richtig, ja, als wir alle Generationen ein Schiff entworfen haben. genau. Wie ist denn das, erstarrt man dann manchmal in Ehrfurcht, Claudia? Also wenn man, ich finde, wenn man so wie wir mit unserem Podcast da so drüber steht und da kommentiert, dann neigt man dazu, zumindest geht das mir so, auch mal so ein bisschen den Respekt abzulegen. Aber wenn du aus der In-Universums-Sicht schreiben musst, ich glaube, ich wäre komplett, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch hier nicht die Figürchen mit den Fingern anpacken und so. Wie läuft das? Genau so. Das ist, wenn ich mir, wenn ich mir überlege, dass du, wenn jetzt unser Generationenschiff, ich sag mal als Idee, ne, wenn wir das umsetzen könnten, dann, also alleine die Vorstellung irgendwie zu schreiben, ähm, ja, Captain Kirk sagt das und das, so, ich kann mir doch nicht anmaßen, Captain Kirk Worte in den Mund zu legen. Wer bin ich denn? Bitte! Irgendwo zittert das Auge von William Shatner wahrscheinlich. Richtig. Wie man das so macht. Ja, also es ist schon was Besonderes, das ist ganz klar. Wir sind jetzt, wir, mit vielen Abschweifungen haben wir so jetzt versucht, durch deine Vita zu gehen. Wir haben noch gar nicht über die Spaceview gesprochen. Du hast sie schon mal kurz erwähnt, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, also das war, ich sag mal, es gab bei Hehl damals den Wunsch, ein Film und, ein auf Science Fiction spezialisiertes Film und Fernsehmagazin rauszubringen. Und die guckten da so ein bisschen nach England rüber, wo es auch die SFX gab, ganz großartiges Magazin, ich glaube, die gibt es sogar noch. Und das war so ein bisschen Fangoria, Starlog, SFX, das waren so ein bisschen die Vorbilder. Und ich kannte damals schon eine Reihe von Leuten eben aus dem Fandom, die auch gerne schrieben. Und dann haben wir im Grunde genommen, ging das sehr freundschaftlich und schnell, dass wir da ein Redaktionsteam hatten. Dann ist Dirk Bartholome von der Fetcon noch dazugekommen, der für uns ganz wichtig war, weil er die ganzen Bildrechte erworben hatte. Da er offizieller Partner war, hatte er die Bildrechte von CBS und Paramount und konnte deshalb die Space View mit Fotos versorgen. Und Fotos haben wir ja eben schon gehört mit dem kleinen Stargate-Verpatser. Fotos sind immer, sind das A und O. Du brauchst die, es ist ein Magazin, es ist keine, es ist kein Hörspiel. Du brauchst Fotos. Ich liebe ja auch meine Kontaktfrau bei der PR von Paramount, Heise und ihr nicht. Muss ich mir einfach sagen, das ist eine echt gute. Aber Fotos zu bekommen ist nicht ganz einfach. Und dann die Auswahl, die man so zugeteilt bekommt, ist auch manchmal so, dass ich denke, eigentlich wären andere Bilder noch geiler geworden. Aber ich finde es auch immer interessant, dass man sich auch nicht darauf einlässt, wenn ich sogar vorschlage, ich mache Screen Grabs von den Blu-Rays und verweise auf die Blu-Rays. Wäre das okay? Aber das ist auch... Nein. Das ist einfach ein Nein, ist das einfach, ne? Richtig. Ich weiß auch nicht, welche religiösen Dogmen in dieser Bildszene existieren, die es einem nicht ermöglicht, sowas Unkompliziertes zu machen. Das ist, weil sie haben die Blu-Ray freigegeben. Das ist deren Blu-Ray. Ergo sind alle Bilder innerhalb dieser Blu-Ray freigegeben. Aber nein. Und ich würde ja jetzt auch kein Bild bringen, in dem Captain Pike gerade die Augen verdreht und den Mund halb auf hat. Das ist es, vor allen Dingen, wenn die wissen, dahinter steht ein professionelles Produkt, also eine Zeitschrift, die verkauft wird. Und die ist auch gut gemacht, dass da halt dieses Vertrauen... Das ist aber in der Gaming-Szene ist das genauso gewesen. Und im Zeitpunkt ist es ja Werbung. Ja. Ja, natürlich ist es Werbung. Kostenlose Werbung eigentlich sogar. Kostenlose Werbung. Richtig. Ich glaube, heute ist es ein größeres Problem bei dem unzähligen Content, den es im Internet gibt. Also da kann ja jeder veröffentlichen, was er möchte. Und da sind natürlich auch viele Leute dabei, die das nie gelernt haben. Da kann ich es schon eher verstehen. Aber für so ein Print-Erzeugnis... Wie... Bist du eigentlich ein Print-Kind, Claudia? Also magst du Print lieber als online oder ist das für dich mittlerweile kein Unterschied mehr? Mittlerweile muss ich sagen, lese ich eigentlich alles, was ich irgendwie lesen kann, digital. Mhm. Und ich weiß, dass ich kann verstehen, diese Haptik, dass du etwas in der Hand haben willst und... Aber 99 Prozent von allem lese ich einmal. Mhm. Und dann stelle ich es in den Schrank. Mhm. Und da steht es. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir bringt das nichts. Also ich bin... Ich sammle nicht in dem Sinne. Und deshalb reicht es mir, Zugang zu etwas zu haben, digital, was ich lesen möchte, aber ich muss es nicht sehen. Da ticken wir ein bisschen unterschiedlich, oder, Sebastian? Ja. Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt manche Sachen, da hängt mein Herz so sehr dran, dass ich das Original möchte. Und das sind dann auch gleichzeitig die, wo ich sagen würde, ich gehe da mehr als einmal noch dran. Ja. Und dann habe ich auch tote verarbeitete Bäume hier stehen. Dafür. Ansonsten bin ich ein riesiger Freund auch der Volltext-Suche, weil sie erleichtert die Recherche. Oh ja. Stell dich mal vor eine Wand von Papier und suche ein Wort. Mhm. Da ist man ja schon mal froh, wenn ein Buch einen Index hat. Ansonsten, good luck, you're on your own. Und das sind, also manchmal muss es auch einfach praktisch sein. Aber ich würde das zweischneidig tatsächlich sehen für mich. Ja. Und Simon, du? Ich habe das, also bei meinem letzten Umzug, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen Bescheid, habe ich dramatisch entrümpelt und fühle mich tatsächlich besser. Also das, was ihr beiden jetzt hier hinter mir sehen könnt, das sind die letzten Reste meiner DVD-Sammlung an physikalischen Filmmedien. Und da sind ganz, ganz viele Trash-Filme dabei und solche Sachen, die du halt noch schlecht kriegst, wenn du es irgendwie digital haben willst und so. Aber ich habe mich echt davon getrennt. Und auch die Star-Tech-Romane habe ich verkauft und verschenkt, bis auf ein paar, die mir wirklich wichtig sind. Und ja, mir geht es eigentlich besser damit mittlerweile. Und ich bin auch sehr digital unterwegs. Also Bücher fast nur digital nur noch. Was wahrscheinlich ein bisschen doof ist für die Leute, die sie machen, oder? Ich glaube, mit E-Books verdient man weniger Geld als mit Druckerzeugnissen. Ich befürchte es auch. Also nach, es hängt glaube ich auch vom Produkt ab. Aber ich bin dabei, also ich kann mir nicht vorstellen, dass E-Books, auch weil sie, in Deutschland hast du auch so ein bisschen das Problem, was die Preisgestaltung angeht. Es ist für Leute schwer zu vermitteln, dass ein Buch, das im Print 11,99 kostet, und digital 9,99 kostet. Ich kriege doch nichts. Ja, genau. Wieso? Die müssen doch da nichts drucken. Also es ist so, ja, die verstehen natürlich auch nicht, wie so eine Buchproduktion funktioniert. Aber das ist auch nicht deren Aufgabe. Und dann, also ich könnte mir zum Beispiel, ich fände es toll, wenn ein paar Verlage haben das schon gemacht, du kaufst das physische Buch und bekommst den Downloadcode dazu. Das ist gut. Das ist einfach, das ist das Beste aus beiden Welten. Einzige, wo ich es unterschiedlich sehe, sind so Schallplatten tatsächlich. Also ich kaufe mir gerne Schallplatten, aber das ist dann mehr so das Zelebrieren, weißt du? Also du nimmst halt so ein Album, legst es auf einen Plattenteller und dann dreht sich das und dann verbringst du Zeit mit dem Cover und so und hörst das nicht so weg. Das ist so der Unterschied, den ich mache. Also so Schallplatten, die habe ich gerne physikalisch. Das kann ich total verstehen. Ich habe jetzt letzte Woche einen Print-Weißen-Wahl endlich mal bekommen. Den hatte ich schon lange Jahre immer auf meiner Einkaufsliste, aber der war immer zu teuer. Und ich habe ihn jetzt tatsächlich mal für einen nicht günstigen, aber Preis bekommen, wo es nicht total geschmerzt hat. Die Erstauflage von dem Star Trek-Roman Killing Time von Della Van Heysen, wo damals versehentlich eine Auflage durchgerutscht ist, die Slash-Fiction-Elemente hatte. Also da wird beschrieben, wie Kirk und Spock sich romantisch irgendwie, also sie haben sich erkannt, würde man glaube ich in der Bibel sagen. Und das wurde gedruckt und dann wurden sie alle, das war in das Jahr 1985 und dann wurden sie alle ganz hektisch bei Paramount und bei Pocketbooks auch und dann wurde das Ding wieder geschreddert. Aber es gibt halt so eine kleine Charge, die durchgerutscht ist, die eben so pikant ist. Aber das ist toll. Toll ist das. Also ich finde eh so diese Kreativität, also welche Blüten die treibt im Fandom, wohin die uns teilweise führt, in alle denkbaren Richtungen. Und das ist ein Teil davon. Und das ist außerdem auch eine echt tolle Geschichte, Leute, dass die das nicht gemerkt haben. Dass da irgendein Lektor, wenn es überhaupt einen gab, das durchgewunken hat. Und dachte, ja passt schon. Es wird ja immer noch so gemunkelt, da wäre eine Kündigung irgendwie im Raum, hätte in einem Raum gestanden und irgendwer hat gesagt, Okay, fuck it. Dann geht jetzt diese Version zum Drucker. Okay, das ist meine neue Lieblingsversion dieser Geschichte. Aber wenn ich das richtig höre, also was so Fanfiction angeht, da bist du dann auch offen. Weil es gibt ja auch einige Leute, die rümpfen da die Nase. Und viele der Geschichten, muss man ja auch sagen, sind nicht gut, aber weil den Leuten wahrscheinlich auch so das Handwerk vielleicht ein bisschen fehlt. Aber so grundsätzlich die Kreativität findest du gut. Ich finde es toll. Also ich finde es toll, wenn Leute sich etwas zu eigen machen, was eigentlich als ein reines Konsumprodukt gedacht war. Also eine Fernsehserie ist etwas. Da setzt du dich vor, das guckst du dir an, dann stehst du auf und gehst weg. Und du kaufst vielleicht doch das Spielzeug dazu. Aber das ist alles was, das ist Konsum. Und niemand, es ist nicht dafür gedacht eigentlich, dass du was Eigenes damit machst. Und das finde ich super, wenn Leute sagen so, ja, aber ich verwandle das jetzt in dies und das. Und ich mache mir das zu eigen und lege da meine eigene Kreativität rein. Dass das nicht immer massentauglich ist und außerhalb des unmittelbaren Bekanntenkreises wahrscheinlich auch wenig Leute interessiert, finde ich egal. Also es ist einfach, es ist schön, wenn Leute nicht mehr konsumieren, sondern produzieren. Stimmt das? Ja, doch. Inspiriert werden dadurch. Und gerade sowas wie Star Trek bietet sich ja wunderbar dafür an. Also klar, du jede Woche kannst ja theoretisch ein völlig neues Abenteuer erleben. Die Grenzen sind ja nicht so eng. Klar, bei den Hauptcharakteren sicherlich schon. Aber du kannst ja immer wieder auf neue Abenteuer schicken. Ja, und du kannst die in Teile des Universums schicken, in denen sie vorher noch nie gewesen sind. Oder in ein ganz anderes Universum. Oder du schickst sie nach Hause. Du kannst eine Sitcom draus machen, wenn du Lust drauf hast. Und du bist so, dann haben wir ja auch dieses Phänomen, du machst es dir zu eigen. Und wenn dann die Serien sich in eine Richtung entwickeln, die dir nicht gefallen, dann sagst du auf einmal, das ist nicht mein Star Trek. Weil du es dir zu eigen gemacht hast. Ja klar, kann man ja selber vorführen. Alternative, außerdem alternative Realitäten und so weiter, passt ja auch super zu Science Fiction. Oh ja, richtig. Gibt es eine Lieblingsstory, die du so hast? Lieblingsstory? Ich meine jetzt? Bei Star Trek, so ja, also können Bücher sein, kann auch bestimmte Folgen sein oder so. Also was sind so deine Lieblingsgeschichten? Ich mag eigentlich immer die Geschichten, in denen es, ja, in denen Figuren, sich selbst reflektieren müssen. In denen sie irgendwie sich sehen müssen, oh hey, ich habe gedacht, ich bin so, aber eigentlich habe ich das so und so. Oder das ist jetzt schwer zu sagen, weil es sind so viele verschiedene Sachen, wenn du, wo wir einfach erfahren, oder wo Figuren lernen, dass die Welt und sie selbst vielleicht nicht so ist, wie sie gedacht haben. Ich denke spontan an 1159 von Voyager. Ja. Wo Captain Janeway über ihre Vorfahrin Dinge erfährt, die sie sich immer ganz anders ausgemalt hatte. Das finde ich ist eine sehr ungewöhn, sehr off-Concept-Geschichte eigentlich, aber irgendwie macht es das, was du gerade beschreibst. Gefällt dir dir auch? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch grob, worum es da geht, aber ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen. Also Voyager ist bei mir immer so ein bisschen im toten Winkel. Und verständlich. Und deshalb, ich habe mir aber für Ende des Jahres vorgenommen, das tatsächlich mal zu ändern und lasse mir eine, so eine Reihe von Voyager-Folgen zusammenstellen, die ich dann über die Feiertage oder in dem Zeitraum zumindest sehen kann. Aber zum Beispiel auch eine Folge ist, wenn wir bei Toss bleiben, Amok-Time. Ja. Was wir da über Spock erfahren und was Kirk auch über eine Person erfährt, die er eigentlich dachte, sehr gut zu kennen und wie beide damit umgehen. Ja, wirklich. Tolle Folge. Auch eigentlich die erste Folge, die die Vulkanier so richtig, so richtig aufgemacht haben. Klar, das ging vielleicht in der Geschichte mit der Leila Kalomi und den Sporen ging das schon langsam los. Richtig. Aber das war jetzt so das erste, das erste richtige Ding, wo wir Walken gesehen haben. Umso bedauerlicher, dass die ZDF-Version davon so speziell war, die erste. Weltraumfieber, Claudia. Weltraumfieber. Oh ja, das ist... Das war eine geile Übersetzung, ja. Ja, also da haben sie sich auch wirklich einen abgebrochen bei. Aber... Ist das ein Beispiel für die Übersetzungsschwierigkeiten bei der Enzyklopädie? Weltraumfieber, Westponfarr? Absolut. Das und der... Mein persönliches Highlight, weil es kaum auf eine Buchseite passt, der Zentralnervensystem-Manipulator. Ist das dritte Staffel? Ich glaube, oder? In der ersten. In der ersten sogar. Neunte oder zehnte Folge oder so. Ich wollte jetzt zweite sagen, aber danke. War mir auch so. Aber es sind dann halt diese menschlichen Geschichten im Grunde, ne? Die... Ja. Also... Wo es ein Mensch umgeht, ne? Richtig. Das ist... Für mich sind die Charaktere... Für mich stehen die Charaktere eben absolut im Vordergrund und die Welt, in der sie sich bewegen. Also... Das ist es, ne? Ne? Also eine gute Handlung ist toll und so, aber wenn die Charaktere langweilig sind und irgendwie nicht glaubhaft oder keine Hindernisse, also auch innere Hindernisse überwinden müssen, Es ist halt immer irgendwie... Dümpelt das so vor sich hin. Ja. Genau. Du kommst dann auch an einen Punkt, wo du Figuren hast, die nur das tun, was das Drehbuch erfordert. Und das... Die keinen inneren Konflikt haben, kann ich das jetzt tun und auch den du als Zuschauer... Du beim Zuschauen dann auch nicht nachvollziehen kannst, weil sie nicht klar definiert sind und uninteressant sind. Und dann wird alles, was ihnen passiert, uninteressant. Das ist das, was ich gerne nenne. Plot, 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 Plot. Ja. Das ist nicht aufregend so, ne? Ja. Ja, ja. Richtig. Jetzt haben... Ja. Wenn es nur... Wenn der Twist wichtiger ist als die Charaktere, dann ist irgendwas verloren gegangen. Wenn es wichtiger ist, am Ende der wöchentlichen Stunde, obwohl die ist gar nicht mehr wöchentlich, das Publikum irgendwie entsetzt zurückzulassen, aber die Charaktere waren so ein bisschen egal. Ja. Tut mir weh ein bisschen. Richtig. Das hast du manchmal... Also bei den... Die ganz späten Folgen von Game of Thrones fallen so ein bisschen in diese Falle. Dass sie der Meinung sind so, wir brauchen einfach am Ende irgendeinen Schockfaktor. Es ist egal, wie wir da hinkommen, aber danach muss das Ganze... Nach jeder Folge muss das Internet durchdrehen, weil wir irgendwas total Krasses gemacht haben. Und ich glaube, das hat halt oft auch mit dieser Binge-Faktor irgendwie, ne? Die Streaming-Sender wollen ja, dass du dann direkt die nächste anmachst und die nächste einmal. Deswegen musst du immer wieder mit und willst unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und da lobe ich mir manchmal, diese 24 Folgen-Staffeln, da war natürlich auch mal so die ein oder andere Niete dabei. Ja, aber man hat halt Zeit. Ja. So. Man konnte auch mal eine ruhigere Folge erzählen und so weiter und musste eh nicht mehr. Wenn du dich aus diesem Reddit-Reaktions-Grind befreist, glaube ich, ist meine feste Überzeugung, dann hast du die Chance, Leuchtturm-Episoden zu produzieren. Ja, das stimmt. Weil du einfach, du darfst nicht ständig nur darauf achten, was von dir verlangt wird. Das ist ein echter Drahtseilakt. Also Joss Whedon hat mal gesagt, du darfst den Leuten nicht geben, was sie wollen, sondern was sie brauchen. Ja. Hat er recht. Nick Meyer hat gesagt, Kunst ist keine Demokratie. Kunst ist eine Diktatur. Ja. Geht in die gleiche Richtung. Ja. Ja. Ja, bin ich voll dabei. Lass die Kreativen mal machen. Ja. Lass sie machen. Und das ist, ich habe da lustigerweise gestern noch eine Kolumne für die Geek geschrieben, in der ich die drei Verfilmungen von Herr der Ringe vergleiche. Die Ralph-Bakshi-Verfilmung, Peter Jackson und Amazon. Und da stößt du genau auf dieses Phänomen. Lass die Kreativen machen und siehe da, es kommt was raus, was man sich tatsächlich angucken möchte. Das stimmt, ja. Wie stehst du es in der Bakshi-Verfilmung? Ähm, es ist, sie scheitert. Ja. Also es ist, ne, ist definitiv gescheitert, aber die, der Ehrgeiz dahinter, der finde ich bemerkenswert und die Kreativität mit diesem, mit diesem, wie heißt das, nicht Roboskop, aber so ähnlich. Der Stroboskop. Rotoskop. Rotoskopie, genau. Rotoskopie, ja. Rotoskopie. Also das, ähm, da sind einige Effekte, die so verstörend sind. Ja. Auch heute noch, wenn du es siehst. Und, aber, ja, die zweite Hälfte des Films praktisch nicht mehr verständlich, weil der so durchhetzt. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie, äh, steht ihr dazu? Äh, ein wunderschönes Desaster. Ja. Würde ich sagen. Toll formuliert, ja. Ich hab den ja, da war ich sehr jung, als ich den gesehen hab, und ich hatte Herr der Ringe gelesen und dachte, geil, ein Herr der Ringe-Film und, äh, ich war fasziniert. Also ich konnte nicht wegsehen. Das war irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Aber ich hab eh, äh, ich glaub ja, eh so einen Hang zu so wie einen Film. Und wie du auch so schön sagst, wenn Filme scheitern, können sie grandios scheitern. Ja. Ja. So. Also wenn du merkst, die Leute dahinter wollten wirklich, wirklich was Gutes machen und sind auf die Nase gefallen, aber da ist ja trotzdem Unterhaltungswert drin, ne? Richtig. Und deswegen würde ich mir nie anmaßen, zu sagen, das war jetzt eine komplette Katastrophe oder so. Nein, nein. Das, wenn du sowas hast, das, wo eine Ambition hinter war, dann wird das Endergebnis immer in irgendeiner Weise unterhaltsam sein. Und zwar zehnmal mehr als ein Film, der nach dem, nach dem Schema F gedreht wurde, einfach nur, um Kohle zu generieren. 100 pro. Also was ich nicht mag, ist schludrig. Also wenn du halt wirklich so merkst, die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben damit. Ja. Oder eben, es ist so nach Schema F und Reißbrett und du denkst dir, okay, das hat eine KI, hätte das jetzt auch genauso hingekriegt. Und das ist das, wo ich dann auch raus bin. Oder aber auch, das würde ich jetzt nochmal reinschreiben, was mir auch genauso wenig gefällt ist, wenn man Geschichten schreibt, von denen man will, sie sollen bloß allen gefallen. Das kann man nämlich gar nicht. Das ist ein unmögliches Vorhaben und das führt immer dazu, dass man irgendwie eine Annahme über einen Durchschnittszuschauerin, über einen Durchschnittszuschauer trifft, die irgendwie dann in so einem Morass versandet. Und dann ist das einfach nicht mehr gut, was ich da gucke. So geht's mir. Also das ist ja so ein bisschen das Problem der Mega-Blockbuster. Wenn so ein Film 400 Millionen Dollar kostet, dann muss der jedem Menschen auf der Welt gefallen, um sein Geld wieder einzuspielen. Und dann bleibt da nichts mehr, da bleibt keine Ecke, keine Kante. Dann ist das wie McDonald's, schmeckt auf der ganzen Welt gleich. So ist es ja. Maggi fix für Blockbuster. Genau. Das ist das Problem der großen Budgets. Aber ich habe vorhin noch sowas aufgeschnappt. Du hast gesagt, so mit Voyager, ja Fremdeln, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber war das nie so dein Fall? Ich habe, ich fand die Prämisse, ich fand die Prämisse so toll, diese Grundidee, dass du zwei sehr unterschiedliche Besatzungssegmente auf einem Schiff hast, in einer potenziell lebensbedrohlichen, langwierigen Situation und die miteinander agieren müssen. verhandeln müssen. Und dann war das Ende des Pilotfilms. Und das wurde komplett über Bord geworfen. Und das hat mich wirklich gestört. Und ich finde auch, dass sie am Anfang, zumindest in den ersten Staffeln, Janeway ganz, ganz schlimm geschrieben haben. Diese Frau, der weibliche Käpt'n, der keine Frau sein darf. Das ist total interessant, weil ich habe sie am Anfang, solange Jerry Taylor noch an Bord war, immer tatsächlich so wahrgenommen, dass sie es da noch einigermaßen geschafft haben. Und als dann nur noch der Boys Club für sie geschrieben hat, das habe ich auch, sage ich jetzt nicht zum ersten Mal hier im Podcast, dann ging das South, wie der Amerikaner sagen würde. Also in meiner Erinnerung ist es wirklich anders, aber dafür ist dann das Voyager-Rewatch-Erlebnis Ende des Jahres so, yay! Wir haben dir 168 Folgen rausgesucht, Claudia, für 200 Tage. Ja, dann wird es mir auch so gehen, dass ich denke, es wird auf mich geschossen. Und dabei ist es Silvester. Ja. Also Voyager wieder zu entdecken, für mich ist das ja auch so die Serie damals, wo ich dann auch ein bisschen aufgehört habe. Also die ist Nein gegen zu Ende und das war super und das habe ich noch mitgemacht. Aber Voyager war ich dann irgendwann irgendwie so raus. Ich entdecke das auch gerade wieder. Ich bin mal sehr gespannt. Gab es bei dir auch mal so eine Phase, wo du gesagt hast, boah, ich kann von Star Trek, ich mag das nicht mehr jetzt, ich brauche eine Pause. Ja, das war definitiv bei mir genauso, so wie bei dir, Voyager. Irgendwann war ich von Voyager so enttäuscht. Also ich glaube, der letzte Sargnagel war A Year in Hell, was eine ganz, ganz tolle Folge ist, die sie am Ende, ja, wie man so schön sagt, sie reißen mit dem Arsch alles um, was sie aufgebaut haben. Ich darf es noch nicht sagen, weil wir werden das ja mal darüber besprechen, aber genauso habe ich auch gefühlt. Es war alles ein Traum. Ja, und dann Enterprise konnte mich auch nicht überzeugen. Jetzt im Nachhinein auch was für den Rewatch. Die Serie ist viel besser gealtert, als ich dachte. Die macht immer noch vieles, was mir nicht gefällt. Aber die Enttäuschung, die damals da war, die kann ich heute nicht mehr so ganz nachvollziehen. Das finde ich, es ist eine bessere Serie als ihr Ruf. Interessant an Enterprise finde ich, und das ist auch, glaube ich, damals ihr Downfall gewesen, wenn Leute über Enterprise wohlwollen sprechen, heißt es immer im Nachhinein. Ja. Und du hast es gerade auch wieder gesagt im Nachhinein. Das ist eine Serie, die hat erst zehn Jahre, nachdem sie durch war, so richtig ihre Fans gefunden. Ja, das stimmt. Und ich verstehe gar nicht so richtig, warum. War es vielleicht die Übermüdung? Boah, so viel Star Trek. Die Titelmusik, das ist ja, das war sehr abgeschreckt. Ja. Diese Brian Adams für Arme, so sage ich mal. Das war, das fand ich. Und ich, also gerade am Anfang, das hat sich ein bisschen verbessert dann hinterher. Also ich fand auch gerade die letzte Staffel, fand ich echt stark mit diesen Doctor Who-mäßigen Dreiteilern, die sie da hatten teilweise. Das fand ich echt stark und hatte ich auch Bock auf mehr. Da habe ich es dann auch wieder gesehen, aber dann war es schon abgesetzt. Ja, und die letzte Folge natürlich. Ja, das ist natürlich, ei, ei, ei. Also, da bin ich so gespannt drauf. Die haben wir auch noch vor uns in einigen Jahren, 2031 oder so. Da sprechen wir darüber. Das Finale von Trek am Dienstag 1.0, also und ausgerechnet, aber gut, das ist, wie es ist. Claudia, ich mag aber von Enterprise noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, denn du hast dir ausgesucht als Austragsort für die heutige Folge Megas 2 aus der Episode The Magics. Ganz wichtig, dass man es mit Zeka schreibt. The Magics of Megas 2. Die klassische, eine der richtigen, crazy, bad shit crazy, könnte man schon fast sagen, Animated Series Episoden. Warum? Warum sind wir heute auf Megas 2, Claudia? Deshalb. Sie ist zum einen, also ich finde zum einen, dass sie Rottenburys Vision einer religionsfreien Zukunft, die wird nirgendwo besser auf den Punkt gebracht, als in dieser Folge. Und sie ist gleichzeitig wahnsinnig unterhaltsam, hat mit Lucien einen Gaststar, der, also neben dem sieht Gary Oldmans Overacting wie Kindergarten aus. Also dieser magische Kampf auch zwischen Kirk und dem Ankläger, das ist so bizarr. Und die Folge hat vielleicht die einzige Punchline der Serie, die du heute nicht mehr bringen könntest. Oh, ich erinnere mich ja an vieles, an die Salem Witch Trials, aber nicht mal an die Punchline. Ganz am Ende sagt, ich glaube es ist McCoy, irgendwas mit dem Teufel, ne? Ja, genau, sagt zu Kirk, wenn er wirklich Lucifer, glaubst du wirklich, dass er Lucifer war? Oder irgendwie sowas. Und Kirk sagt, ja, kann ja sein. Und dann war er halt so ein Dämon namens Lucifers, den manche Leute für den Teufel liebten. So zu sagen, mir doch egal. Und dann kommt Spock und sagt, ja, dieser Lucifer, der war gefallen. Und wenn er wirklich Lucifer ist, dann ist er dieses Mal wiedergefallen und dieses Mal hast du ihn errettet. Was Kirk zu Gott macht. Und das ist phänomenal. Das ist wirklich gut, ja. Oh Gott, das steigt ihm zu Kopf. Und Shatner so, ah, endlich hat es jemand gemerkt. Ich finde, es ist eine tolle, abgefahrene Folge mit hohem Unterhaltungswert und einem Bonbon-Planeten als What's up to life. Ja, ein paar von diesen Zeichentrick-Episoden waren nicht schlecht. Diese Vulkania-Story auch da mit Spock. Wie hieß die nochmal, Sebastian? Yesterday. Yesterday, genau. Yesterday war gut. Aber hinterher kamen auch Folgen, wir haben es ja auch durchgesprochen, in unserem Rewatch. Das waren auch die Folgen mit den Abstand wenigsten Downloads und Abrufen. Was ein bisschen schade ist. Gebt euch da draußen Ruck, weil ich glaube, da haben wir richtig aufgedreht. Die Folge ist noch nicht so lang wie sonst immer. Aber hinten raus wurde es dann auch ein bisschen anstrengend. Das fand ich bei der Zeichentrickserie. Ich habe das Larry-Niven-Crossover mit den Gzinti noch ganz positiv in Erinnerung mit diesen Katzenwesen. Weil das ist eine der wenigen, das ist eigentlich die einzige Folge ohne Kirk. Das ist auch irgendwie cool mal. Stimmt, ist es auch. Also, die hat sicherlich, ja, viele, viele Schwächen. Aber dazwischen sind auch so ein paar Juwelen, die man heute gut gucken kann und damals auch gut gucken konnte. Und ich muss auch sagen, dass die Stimmarbeit von der Besatzung durchweg gut ist. Ich glaube, es hat auch geholfen, dass die alle separat aufnehmen mussten und William Shatner so ein bisschen gelangweilt war. Das hat seinem Schauspieler auch ganz gut getan eigentlich. Das tut ihm schon gut, ja. Wenn er nicht ganz so hoch fährt. Ja, James Doohen hattest du erwähnt. Der hat, glaube ich, auch viele Nebencharaktere gesprochen. James Doohen war ja auch so ein Sprecher. Und immer mit so einer Stimme hat er dann die Nebencharaktere. Also, Lucien, glaube ich, das war nämlich auch James Doohen. Was, echt? Ja, Lucien wurde, glaube ich, auch von James Doohen gesprochen. Er hat für die Nebencharaktere. Hörst du halt nicht, weil du hast bei Scotty, denkst du natürlich immer an den Schotten, mit diesem schottischen Akzent und so. Oder an die Jugendherberge. Oder an die Jugendherberge, genau. Claudia, ja, so langsam, ich wollte einfach nochmal wissen, also, du hast gerade gesagt, Conan, arbeitest du daran, was sind sonst noch so die Projekte, die gerade bei dir auf dem Schreibtisch liegen? Oder vielleicht erscheint irgendwann mal wieder was? Ja, also, mein Hauptprojekt ist ja, dass ich als Ghostwriter Romane für einen YouTuber schreibe. Und also, beziehungsweise mit ihm zusammen die Romane schreibe. Ich bin so, mehr oder weniger, seine Schreibmaschine, wenn du es so sagen willst. Aber es macht super Spaß. Und ist auch, da arbeite ich jetzt gerade am zehnten Band schon. Wow. Und freue mich also auch darüber, dass wir damit auch ganz gut erfolgreich sind. Und ja, es macht einfach Spaß. Und sonst kommt, ja, vielleicht noch was, worüber ich tatsächlich noch nicht reden darf. Und ich hoffe sehr, dass sich das bis Ende des Jahres ändert, dass ich da was sagen darf. Und ja, das sind so die Projekte zurzeit. Und ansonsten versuche ich eigentlich eher, den Sommer zu genießen. Das ist auch richtig so. Und mich auf den Voyager-Reboach vorzubereiten. Wenn man dir irgendwie folgen möchte oder so, hast du eine Webseite oder irgendwelche Social-Media-Profile, wo man dir ein Follow spendieren könnte? Also, kernforce.com ist meine Seite. Und da sind auch die Socials aufgelistet. Ansonsten, ich bin auf Twitter. Und nein, ich sage nicht X. Und auf Mastodon. Kernforce. Richtig. Kernforce. Kernforce at Twitter und Kernforce at Mastodon. Nee, ich bin, glaube ich, ein Sunny Garden, ist die Mastodon-Instanz, auf der ich bin. Okay. Okay. Gut, da findet man dich bestimmt. Und wenn du sagst, auf kernforce.com. Kernforce.com, genau. Kernforce.com. Surf da mal alle hin, spendiert Claudia ein Like und lest vor allen Dingen auch ihre Sachen, die sie geschrieben hat. Sebastian, hast du noch Fragen an Claudia? Jetzt ist die Gelegenheit. Sonst sehen wir uns das nächste Mal wieder erst auf her Fettkorn. Ja, ach, ich wollte ja, ich hätte ja vorhin noch so ein ganzes Hosenbein aufmachen können, der Geschichte, der Podcast-Geschichte, als du angefangen hast, Claudia, über West Wing zu reden. Aber dann sägst du mir, glaube ich, morgen noch da. Aber ich muss dir mal einmal entscheiden, widersprechen und vielleicht eine Reaktion noch mal darauf hören. Ich finde ja, West Wing war erst dann verloren, als Josh Lyman aus dem Auto ausgestiegen ist und das Kapitol angeschrien hat. Da habe ich gedacht, jetzt holen sie mich ab. Aber das war auch, glaube ich, gerade als Aaron Sorkin gegangen war. Ja, das, denke ich, hat der Serie definitiv nicht geholfen. Aber mir kam es so vor, dass die Folge, die sie nach 9-11 gemacht haben, die hieß Ischmael. Isaac und Ischmael. Isaac und Ischmael, genau. Das ist die, bei der du merkst, dass Sorkin nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Das stimmt. Und diese... Die waren auch so Hauruck-mäßig. Irgendwie anderthalb Wochen später oder so kamen die da. Völlig. Also die muss er irgendwie innerhalb von fünf Tagen geschrieben haben, höchstens. Und du merkst, er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und mir kam es so vor, dass diese Unsicherheit, die er vorher überhaupt nicht gezeigt hat, vorher sagt er, ich verstehe, wie ich Amerika besser machen kann. Wie ich diese Politik besser machen kann. Was dafür nötig ist. Und das zeige ich euch jetzt. Auf eine möglichst unterhaltsame Weise. Mit tollen Schauspielern. Und Leuten, die in der Geschwindigkeit reden, die selbst uns übersteigt. Und das... Und das... Er verliert seinen... Den Glauben an sich selbst. So kam es mir vor. Dabei hadert ja auch... Jetzt drehen alle am Teller, die West Wing nie gesehen haben. Dabei hadert ja an der Stelle auch Präsident Bartlett mit sich selbst. Weil da seine Multiple Sklerose Diagnose öffentlich wird. Und dann ist seine Sekretärin verstorben. Dann ist ja auch alles gar nicht so ganz ohne. Also Identitätskrise ist da angesagt. Ja, genau das ist es. Und das ist auch das perfekte Wort für diese Zeit. Es war eine Identitätskrise. Und die übertrug sich natürlich dann auch auf eine Serie, die so mit Politik und Zeitgeist sich befasst wie West Wing. Und dass die dann nicht mehr weiß, was sie ist. Und dann, dass sich auch auf die Figuren in ihr überträgt. Diese Ungewissheit und Unsicherheit. Das hat man schon gemerkt. Vielleicht auch etwas, was sich im Nachhinein anders anfühlt, als damals beim ersten Gucken. Das wäre jetzt mal echt ein interessantes Experiment. Weil wir haben ja auch alle so viel Zeit. Da kann man ja zu Voyager noch den West Wing rewatchen. Alle paar Jahre gucke ich das ja auch mal wieder. Und ich denke dann, in manchen Teilen ist das für mich ein Star Trek Prequel. Oh. West Wing. Ja. Schöne Idee. Weil das ist natürlich eine parallele Zeitlinie. Diesen Präsidenten hat es nie gegeben. Aber so diese Art und Weise und in den USA ist die Überschneidung der Fandoms sehr groß. Hierzulande ist es nahezu unbekannt. Aber in den USA gibt es viele Star Trek Fans, die West Wing Fans sind und umgekehrt. Und ich finde, irgendwie passt das. Irgendwie passt das. Genauso wie Master and Commander auch ein Star Trek Film ist mit Segelschiffen. Ja. Ist West Wing eine Star Trek Serie für mich? Ohne Raumschiffe und mit mehr Politik? Aber For All Mankind ist doch das Star Trek Prequel. Auch das ist ein Star Trek Prequel für mich. Ja, das ist auch. Dieser Optimismus. Ja. Einfach zu sagen so, hey, wisst ihr was? Wenn wir den ganzen Bullshit mal sein lassen und uns auf das Wesentliche konzentrieren, dann können wir es schaffen. Und diesen Optimismus müssen wir uns irgendwie behalten, obwohl es einfach schwerfällt, wenn man jetzt aktuell wieder gegen USA blickt und was da abgeht, dann ja. Ja, aber da ist auch positiv, Kamala Harris ist die Präsidentschaftskandidatin für November. Sie haben was getan. Lasst uns die Daumen drücken. Ja. Ich halte ihr so die Daumen, ey. Das ist das Einzige, was wir machen können. Das ist das Einzige, was wir machen können. Das ist komisch, ne? Ist gar keine Demokratie eigentlich, so die Welt. Weil so viele Leute, die die Auswirkungen davon abbekommen, gar nicht mitwählen können. Das wäre doch... Das widerspricht dem demokratischen Gedanken eigentlich, ja. Richtig. Mir kann ja auch keiner erklären, warum bei den EU-Wahlen ich keine Parteien aus anderen EU-Ländern wählen kann. Das ist mir ein Rätsel. Weil wenn wir entscheiden, wer die Europäische Union anführt oder leitet, beherrscht, dann sollten wir auch länderübergreifend wählen können, abstimmen können. Ja, natürlich schon. Eigentlich schon, oder? Würden wir das hinkriegen, ist die Frage, ob sich die Leute dann auch dementsprechend informieren würden. Aber das ist natürlich auch... Genau, wenn du danach gehst, da machen wir das auf. Ja, schwierig, ne? Also, wenn man sich da manche Ergebnisse anguckt. Aber gut, da können wir nichts machen, außer, wie gesagt, den Optimismus behalten. Genauso. Und zum Star Trek gucken bringen. Ich glaube, das hilft auch. Ja. Da könnt ihr zum West Wing gucken bringen. Genau, so West Wing. Ja, du hast voll die West Wing-Fixierung hier. Jetzt gerade, ja. Ja, West Wing ist aber auch toll. Und dann West Wing, For All Mankind und Star Trek. Und dann hast du, glaube ich, das Optimismus fast bis oben hingefüllt und kannst fröhlich in deinen Alltag zurückkehren. Nach ungefähr 600 Stunden. Ja. Alles wird gut. Claudia, man kann dich auch weiterhin hören, oder? Im Podcast zusammen mit Björn. Ja, weiter bei Björn Sylter und ich auf Planet Trek FM. Genau, da könnt ihr auch gerne mal ein Ohr riskieren. Tolle Kolleginnen. Ich hoffe, die sind schon alle längst abonniert hier. Genau, also weiterhin, Björn macht es ja auch immer Spaß, den sehen wir auch immer eigentlich auf jeder Veranstaltung rumtouren, auf der wir auch sind, mit seinem Verlag in Farbe und Bunt, den man hier auch nochmal lobend erwähnen möchte an dieser Stelle. Und ja, damit, Sebastian, wenn du nichts mehr hast. Ich würde mal kurz, bevor wie jedes Mal unsere Gästin das letzte Wort hat, weil das geziemt sich einfach nur so, würde ich einen aktuellen Programmhinweis raushauen. Nächste Woche stellt sich der Cisco die Frage, ob das ein großer Schritt ist, vielleicht mit Cassidy Yates zusammenzuziehen. Außerdem gehen Kira und Gal Dukat, nein, Legget Dukat in die Wüste. Es ist die Deep Space Nine Episode in Discretion, in Diskretion, die ihr nächsten Dienstag auf diesem Sender hören werdet. Und ja, jetzt kann ich einfach nur sagen, Claudia, danke, dass du dich zu diesem herrlichen, also mein Herz ist voll gerade vor Begeisterung. Ich könnte zig Bücher lesen, zig singen, ich bin so, ich werde jetzt zwei Jahre beschäftigt. Es war einfach nur toll, toll, dass du da warst. Vielen, vielen lieben Dank, Claudia. Du hast halt solche Fässer aufgemacht, Claudia. Bei Sachen, die du gesagt hättest, da hätte man auch echt in die Tiefe gehen können bei Tausend Sagen. Irgendwann können wir das ja vielleicht nochmal wiederholen. Ihr habt aber auch super Fragen gestellt und ich finde das, wir haben ja ein wirklich schönes Gespräch gehabt und bei dem mir auch immer wieder sehr viel eingefallen ist und ich denke, dass West Wing als Follower-Serie von Star Trek eine so geniale Idee ist, dass man da Fanfiction zuschreiben sollte, wer sich da draußen auch immer berufen fühlt, weil, um das nochmal zu sagen, weil es mir auch so wichtig ist, kreativ mit Produkten zu sein, die nicht dafür gedacht sind, finde ich einfach die beste Art und Weise, damit umzugehen und es sich zu eigen zu machen und mit diesem Optimismus, den wir hoffentlich behalten können, in die Zukunft zu gehen. Vielen Dank. Tschüss. Eine Galaktisch Absorger 2024 Produktion.